Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben irgendwo. Der gute Franklin stand jetzt schon hier. Ich glaube nicht, dass wir hier gespeichert haben oder ähnliches. Aber ist egal. Wir haben noch eine Lester-Mission und die werden wir, glaube ich, dann einfach jetzt mal angehen, direkt wenn wir hier schon so schön stehen. Vielleicht nochmal direkt zu Anfang hier als Info dazu, für diejenigen, die sich vielleicht für Zelda interessieren oder für Legend of Zelda im Allgemeinen. Am Freitag geht es mit Hyrule Warriors auf dem Kanal weiter. Ich werde mich quasi gleich nach der Aufnahme hier, ja, werde ich die noch bearbeiten, schon mal ins Rendern schicken und dann werde ich mich parallel schon mal ans Testen setzen, um Hyrule Warriors dann wieder aufzunehmen, denn da werde ich hier mit Capture Card aufnehmen und das wahrscheinlich dann direkt hochladen. Das ist qualitativ die letzten Male, ja, vollkommen in Ordnung gewesen. Aber das wird ein interessanter Kontrast, glaube ich, so, weil das letzte Hyrule Warriors-Video war Anfang... Nee, Mitte... Mitte oder Ende Februar. Und ich habe ja mittlerweile ein anderes Mikrofon und allgemein bin ich ja etwas routinierter in diesen Let's Places. Das heißt, ich quatsche auch ein bisschen mehr, drehe euch gerne Bulette ans Ohr und so Geschichten. Das habe ich da noch nicht gemacht. Das heißt, das wird ein ziemlich krasser Kontrast. Aber hey, ich glaube, es wird ganz cool und wir versuchen mal, das Spiel durchzuprügeln bis Ende des Monats. Durchprügeln im wahrsten Sinne des Wortes. Damit wir dann mit City Skylines After Dark hoffentlich relativ zügig danach dann weitermachen, damit ich den Slot dann wieder räumen kann. So, wir packen mal eben... Ach so, der steigt direkt aus. So, wer die fucken Sie heute nicht? Die Leute nennen sie Isaac Penny. Ruflich, vulture, capitalist. About to take a controlling interest in Vapid Motor Company und sell thousands of workers down the river. Penny ist, äh, einer dieser tight-fisted Billionaires. Rides den gleichen Bus zu und von Work every day. Ich dachte, er könnte die Route übernehmen und... Drop die ass off, wo er muss. Ich habe ihn. Gut. Oh, eine Sache. Wenn ich dich nicht, ich würde nicht kaufen Vapid Stock bis die Akquizierung fallen. Okay. Dann haben wir quasi jetzt hier wieder das nächste. Ah, es ist schön, dass das jetzt wieder in Full HD alles soweit funkt. Moment, äh, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage. Ich gucke mal gerade nach, ob das auch passt. Ich habe nämlich bei Assassin's Creed, bei der Aufnahme vorhin, hat er sich das einfach automatisch umgestellt. War nicht so toll. Da habe ich nämlich eine Aufnahme quasi umsonst gemacht. Aber da da sowieso nichts passiert ist, außer dass ich gefailt habe, war das auch kein Problem. Ja, aber was ich sagen wollte, das wird im Kontrast, glaube ich, relativ krass dann sein, wenn man das Spiel dann sieht, äh, von meiner damaligen Anfangszeit im Vergleich dann zu dem, wie ich das jetzt so aufziehen werde. Ähm, auch weil ich ruhiger geworden bin, habe ich das, also, zeitweise ruhiger. Ich kann auch aufgedreht sein, aber ich, äh, rede halt mehr, aber dafür ein bisschen ruhiger, damit das angenehmer für euch ist. Ich habe aber damals halt, ja, eher so eine etwas leicht schreiende Art, sag ich mal, angehabt. Äh, ich finde das ganz okay. Das wird ein netter Kontrast werden, auch wenn ich später nochmal so gucke. Okay. Ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, wir nehmen jetzt den Bus und versuchen den Typen zu kriegen. Und wir fahren jetzt eine Haltestelle nach der anderen ab. Wir können, doch, ich wollte sagen, wir können hier schön in die Ego gehen. Es hatten sich bei mir unter dem Stream bei, äh, Twitch einige, den Omsi gewünscht. Seht das mal so als kleinen Vorgeschmack an. Weil so in etwa wird das ja da auch aussehen. Boah, du siehst ja, da hinten ging gar nichts. Ähm, ja, wir fahren einfach mal. Oh Gott. Also, wenn ich was mitnehme, dann liegt das daran, dass ich keine Übersicht habe. Und hier ist die erste Haltestelle und wir fahren mal langsam an. Sehr schön. Wie geil. Das ist doch eine schöne Ansicht zum Fahren. So, anfangen wir mal an vorbei. Schaut mal wieder hin nach vorne. Ja, guck du mal. So, und dann einmal hier rum. Und da vorne müsste die nächste Haltestelle sein, wenn ich mich nicht irre. Yes. Sorry. Muck mich mal nicht so an hier. Bin neu. Arschloch. So, hier vorne ist die nächste Haltestelle und dann fahren wir da mal ran. Get in, we run it late. Alle drin? Oh man, there's an up and out burger box under my seat filled with vomit. Ja, wobei das Lenkverhalten für den Bus falsch ist. Der müsste eigentlich deutlich rumkurbeln, wenn er da rumfährt. Also nicht, dass ich mich mit Bussen auskenne. Aber ich habe den Omsi schon mal gesehen, ja. Ich habe den schon mal bei einem Anerlettsplayer gesehen. Wobei ich immer noch grandios begeistert war von, ich glaube, es war der Euro Truck Simulator 2. oder irgendwas in der Richtung, den Bonk mal im Stream gespielt hat. Wo dann, äh, er, ja, so ein bisschen Trucker nachgeahmt hat. Und, also die, ich sage mal, das typische Klischee eines Truckers. Und sich da dann angeblich eine Truppe aufgeregt hat. Ja. Hat ja gut geklappt, der Plan. Verlass den Bus, das machen wir gerne. Aber wir müssen auch gucken, dass wir dann da vorne direkt was Neues kriegen. Am besten holen wir uns das Motorrad. damit wir hier schnell abhauen können. Schön, dass er stehen bleibt, wenn man die Kamera perspektive wechselt. Fahr. So, das schlimmer kann. Und dann fahren wir hier schnell davon. So, das soll aber klappen. Nein, 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 nein Na gut. Wir versuchen es nochmal. Ja, komm, stark aus. Hey, es ist rot. Gib mir ein Auto. So, ja, das hier sieht gut aus, das nennen wir. Weil die sind gerade noch auf dem Weg. Das muss Mike das schaffen, da wegzukommen, genau. Dann geht das nämlich noch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit Tastatur fahre. Wenn ich da so kleine Schlenker und sowas mache, das liegt genau daran. So, jetzt müssten die doch langsam mal aufgehen mit einem Stern, oder? Ja, nee, ist klar. Perfekt. So, und damit haben wir der Mord im Bus geschafft. Ja, Bodos Fahrerflucht wäre, glaube ich, gewesen, wenn wir drüber gefahren wären oder so. Egal. Wir haben es geschafft und wir haben, glaube ich, mit ihm gar keine Missionen mehr. Genau, wir haben die nächste mit Michael. So, ich wollte gerade sagen, das hat nämlich gerade nicht so ganz funktionieren wollen. Ich würde sagen, wir wechseln zu Michael und dann gucken wir uns mal an, was denn für den da zu tun ist. Aber ich glaube, wir müssen zu dem Filmtypi Salomon oder... Bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede. Wir gucken mal. Oh. Können ja schon mal... Ne, können wir noch nicht, weil wir noch im Haus sind. Dann gehen wir mal runter. Und, äh, schauen mal. Und, äh, schauen mal. Sehr schön. Ich glaube, Salomon heißt der, ne? Genau, Salomon. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, was der Gute denn für uns zu tun hat. Hui. Mache ich im echten Leben auch immer. Rückwärts rauspreschen und hui. Dann weiß ja jeder Bescheid. Uah. Hey, nur angeeckt. Minimal. So, und dann hier einmal rechts. Ach, du. Ja, der hat sich so erschreckt, der ist direkt tot geblieben. Aber egal, weiter. Weiter hier lang. Ah ja, okay, das ist der Filmfuzzi. Oh, sorry. Das kann übrigens auch schon mal übel sein, wenn man das macht. So, wir packen hier. Und gehen mal gucken, was der Gute denn für uns zu tun hat. Ich bin gespannt. Und Michael ist, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Also, viel Spaß. Hallo. Das war's, du cocksucker. Ha! Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis. And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. and lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Begib dich nach East Las Santas. Okay. Unser Auto ist weg. Dann nehme ich mir... Ah, der da vorne steht er. Aber cool, wir können uns sowieso einfach irgendeinen nehmen. Dann nehmen wir den auch. So, klar, Moment. Ich setze mich mal grad hier. Ah. Geh die letzten fünf Minuten nochmal richtig hin. Dass ich das Mikrofon etwas angenehmer positionieren kann. Und dann machen wir uns hier mal auf den Weg. So, der müsste die Schranke eigentlich hochfahren, wenn wir da jetzt stehen bleiben, oder? Wie war denn nochmal die Hupe? Mach doch das Tor auf. Ach so, jetzt geht das automatisch hoch. Hey, Salomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my directors ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the table. and bring the talent back to the set, ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi is on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get them out fast. All right, I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. All right. Das ging ja Gott sei Dank noch mal relativ schnell wieder gut. Dann können wir da jetzt das doch noch machen. Ähm. Diese Wegfindung manchmal. Zwei Kilometer könnte knapp werden. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Ich hätte gedacht, das wäre näher. Aber wir haben ja noch vier Minuten. Normalerweise. Aber zwei Kilometer sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt da zu tun haben. Aber ich kann so viel verraten, als dass wir auf jeden Fall guten Fortschritt machen. Könnten vielleicht mal am nächsten Part. Ja, beziehungsweise wir werden gleich einfach nochmal so einen Schnellspeicher machen. Und dann gucken wir mal, wie viel Prozent wir denn tatsächlich gerade haben. Aber ich würde fast sagen, dass wir schon mit Sicherheit bei gut 50 Prozent sind. Oder vielleicht ein bisschen drunter. 100 Prozent machen wir sowieso nicht. Aber halt so, dass wir alle Haupt- und größtenteils Nebenmissionen dann erledigt haben. Und ich überlege, ob ich eventuellen Speicherstand so anlege, dass wir alle Endings zeigen können. Aber auf der anderen Seite, eigentlich möchte ich euch auch gerne einen Spielwert geben. Damit ihr nicht das Let's Play guckt und das Spiel gar nicht spielt. Sondern das lohnt sich. Daher, vielleicht zeige ich euch nur ein Ende. Um nicht alles wegzuspawnern dann. Denn auch wenn das Spiel jetzt schon ein bisschen auf dem Buckeln hat. Aber auf dem PC ist es ja noch relativ neu. So, hier müssen wir hin. Wo denn hier? Oh. Das ist Pelosi-Untertainment. Give me a minute here, just a minute, gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club, we're finally a go. Now you take care of these guys, no cold feet. Okay, let's go. Reicht den Hubschrauber ohne Rocco zu alaminieren? Ich glaube, das war nicht so schwierig, aber schauen wir mal. Wir müssen eigentlich nur da hoch. Wir hätten den gerade einfach niedergetreten. Aber so machen wir das hier in Los Santos. Alles klar, hier klären wir hoch. Alles klar, was wir tun, ist, wir gehen so weit aus der Rückruppe. Oh, du kannst nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Ich kenne den Boss. Mr. Pelosi, ich habe eine Gäste. Nein. Oh. Na komm, die machen wir aber noch. Das war vom Grundsatz her auch schon richtig. Wir müssen hier einmal auf jeden Fall rüber. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und dann hier hoch, ohne dass uns der Typ sieht. Das passt ja auch. Dann kommt er dort. Bam. Dann ist er weg. So, und da kommen jetzt zwei Stück gleich oben. Dann müssen wir gucken, dass wir da die Möglichkeit, genau, uns ein bisschen bedeckt halten hier. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ah, wir haben das. Was, Molly? Molly? No, no, es ist McElroy. Nope. Hey, du bist. Mr. Richards hat mich überrascht. Sick. Oh, wer ist das? Wer ist das, jackass? Hey, du! Oh, turns out, diese Leute sind in love mit ihren Kontrakten. So, sie werden wieder auf den Seten mit mir. Can you believe this fucking clown? No, this guy's all mine. So, den... ...verprügeln wir jetzt? Oh Gott, jetzt müssen wir fliegen. Das wird schön. So, wir müssen ihm jetzt Angst machen. Das ist genau das, wovor ich gerade Angst habe. Wir müssen nämlich gucken, dass wir irgendwo relativ nah vorbeifliegen. Oh Gott, ist da ein Speedlimit? Wir gehen zu schnell, Mann. Was ist das, Schick? So, mal gucken mal. Na ja, das war nah. Das war schon mal nah. Das ist noch mehr. Oh. Oh, 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 oh. Komm, 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 hoch, 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 hoch. Oh, 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 oh. Zurück zum Studio. Ist klar. Das war knapp, Leute. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Hey, Milton, was? I think you all want apology to Mr. Richards. Would I be a pain? No, you should apologize to me. I'm brutal honest, bud. You're not that good. It feels folded. You're lucky you're working at all. You're kidding me, right? I am an artist, dude. I'm sure apologizing. When you see Solomon, you say, sorry for the misunderstanding, sir. And you will always, always appreciate the opportunity he's given you. Now. So. Where am I putting this thing down? When Devin Weston came to do a studio visit, he used the empty water tank. All right. Then we'll do the same. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ding hier irgendwo runter kriegen. Ich meine hier vorne, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich immer am meisten Bammel vor, vorm Runterring. The water tank turned parking lot. Setting it down. Nein. Es war mir fast klar, dass das passieren würde. Ich hoffe, wir sind jetzt schon, eigentlich müssten wir jetzt auf dem Rückweg da sein. Ich will jetzt auch nicht wieder, ach nee. Oh, Leute. Ich hasse Hubschrauber fliegen in diesem Spiel. Also ernsthaft, ich hasse Flug, allgemein fliegen auch. Flugzeug ist scheiße. Ach, ja, komm. Dann überziehen wir nochmal. Haben wir das schon? Jesus, du bist glücklich, wir sind nicht tot. Kann ich nur sagen, ich war nur in diesem für die Prozesse von Strongtrucks? Ich will keine neue Behandlung. So viel muss sich aus dem Show entweder sein. Ich habe eine Gefühl, dass du sie auch wieder zurückkriegen möchtest. So, gucken wir mal, dass wir hier möglichst nachschauen. Sag mal, sag mal, gerade eben hat er doch nachgegeben, da. Nein, 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 hoch, 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 hoch. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist das Ding schon am qualmen, das ist eine gute Voraussetzung. Oh, Gott. Das sollen wir jetzt noch schaffen. Oh, Gott. Ich hasse Hubschrauber, hoch. Bitte. Geh doch hoch, bitte. Oh, ich hasse Hubschrauberfliegen. Genau wie Flugzeug. Wobei die Landungen sind ja immer noch das blödeste dabei. Oh mein Gott. Wobei die Landungen sind ja immer noch das blödeste dabei, Herr. Und Sie werden immer, immer noch die Möglichkeiten, die Sie geben. Sie sehen, ich wollte nur ein besseres Verkaufel. Jeder hat einen besseren Verkaufel. Jeder hat einen besseren Verkaufel, werfen die Fahrzeuge, die in den Sprechaufel hat einen besseren Verkaufel. Aber Sie haben die beste Verkaufelung. Sie haben eine bessere Verkaufelung. Ja, Sie sehen es das so. Jetzt, woher ich das Ding aufbauen? Okay, jetzt versuchen wir das nochmal auf die ganz sanfte. Nein, 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 nein. Wo will der das denn hin haben? Meine Güte, wir sind doch genau da an dem Punkt. Gott sei Dank, ey. Okay, wir haben es geschafft, Wahnsinn. Dann laufen wir mal gerade vor zu Salomons Büro. Ich bin froh, dass Sie ihn sehen können. Schau, ich fühle mich ein bisschen Gita. Wie kann ich meinen Mann sagen, gehen ein bisschen Jolly, und sagen Solomons von wo ich in der Woche bin, in der Woche bin ich in der Woche bin? Wie kann man ihn sehen, jetzt? Und wir fahren wieder einmal, wenn Sie sogar sehen, wie Sie fühlen... Ha, ha! Und ich... Ich mag all die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast. Natürlich, natürlich! Michael, was kann ich sagen? Du bist ein Naturall. Ich liebe dich. Du bist zu nett. Nein, nein, ich meine es. Ich meine nicht, aber es wäre okay, wenn ich dir ein Schuss? Diese Schuss erscheint für eine Art oder andere. Ich brauche einen Produzenten. Ich würde das lieben. Wir sprechen bald. Ich muss gehen. Oh, hell yeah! Hell yeah! Alles klar. Damit haben wir die Mission abgeschlossen. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat und wir halt nicht alles gekriegt haben jetzt. Aber wir haben... Ich habe gesagt, wir machen mal ein Schnellspeichern. Okay, wir sind bei ungefähr 40 Prozent, denke ich mal. Wir gucken nochmal. Okay, ja. Ein bisschen unter 40. Alles klar, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe ja das Video... Hey, Mr. Madrazo. Wie geht das Rebuild? Gut. Ich muss dich sehen. Komm zu La Fuerta Blanca. Ich gehe auf die Senora Road und bringe Mr. Clinton. Hey, schau. Franklin? Ich weiß gar nicht den Kind. Ich will nicht, dass ich ihn in das gehalten habe. Du brauchst noch ein paar Hände. Okay, da ist noch ein anderer. Trevor Phillips. Ich und ihn sind Partner. Okay. Ich werde meinen Leuten messen. Interessiert er hätte. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich speichere noch mal eben parallel ab. Und ansonsten würde ich sagen... Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Kommentar... ...oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... ... bei GTA 5. Bis dahin. Tschüss.